Sieger auf Matte 2 wurde Mainz-Urpolt-Luga. Sieger auf Matte 2 wurde Mainz-Urpolt-Luga, Matte 3 wurde Mainz-Urpolt-Luga. Sieger auf 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 Matte 3 wurde Mainz-Urpolt-Luga. Ich soll mal aus dem Weg gehen. Nein, nicht so schön. Das ist für die Deine. Hä? Der hat gerade... Der hat hinten im Blau. Der hat gewonnen. Ich glaube, der hat irgendwie rückwärts halt oder sowas gemacht. Vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Obwohl, nee. Nee, ist ein anderer, glaube ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sieger-Mattel-Frei-Auto-Walk mit einem...